Das war der beste Start. Oh ne, sorry, sorry, warte. Warte. Ich hab hier eine Waffe, ich geb der... Darauf gibt's erstmal den Absoltans. Der hat mich schon so eine blutige Pfote. Die, 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 die. Also das ist der Absoltans, okay? Zeig mal deinen, zeig mal den Logok-Tanz, ich würde ihn mal sehen. Okay, die Waffe fliegt einfach mal in deine Hand, okay. Okay, heute ist die Revolution der Pokémon. Immer wollten die Trainer uns haben. Heute holen wir uns die Trainer. Warte, warte, warte. Hä? Hast du die Pokébälle? Hast du den Staff gebärzt? Also warte, ich hab hier... Ich hab hier einmal... Das ist für dich. Einmal Ammo. Für eine Waffe. Haben wir hier so einen Lightstick, warte. Nimm das. Nein, nicht den Lightstick. Einfach das Ding nehmen. Du kannst doch mit F einfach... So. Nimm... Hab ich es in der Hand. Ah, warte, du musst... Warte kurz. Jetzt drückt Eder drauf. Jetzt guck mal bei den Waffen, ob was wir hast. Guck jetzt was Neues hast. Äh... 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 Warte, 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 warte. Das lag jetzt kurz ein bisschen. Wir brauchen den Maddummy dabei. Wir brauchen den jetzt. Drück Eder drauf. Oh! Aha, unser Geheimverdeck. Warte, mach V. Ah, ah, ah. Äh... Genau, jetzt, jetzt. Jetzt aufhören. Aufhören. Nein, ich bin ja so ein Ding... Nicht mehr... Ja, genau. Jetzt siehst du das Fenster da. Das Fenster da, ja. Erstmal, nicht, nichts, nichts, einfach und drücken, okay. Oh, warte. Sonst machst du was kaputt noch. Nicht, ich esse nur. Wir sind da hier im Kino, Monitor. Okay, warte mal. Ich weiß aber nicht, was man hier macht. Ich drück, warte, setz ich mal am besten hier hin. Geh, oder? Da steht da drauf. Schau dich, schau mich mal an. Yeah, yeah. Ja, ich bin so... Weißt du, wer braucht schon einen... Es geht jetzt los. No. Was ist denn los? Ah. Was geht los? Ah nein, ich bin lieber Leben unten links. Ach, okay. 94% Hör auf. Drei, zwei. Steht das bei dir auch? LOL. Wir sind irgendwie unter der Map. Ja, 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 ja. LOL. Warte, 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 warte. Leute, ich kenne das gar nicht. Keine Sorge. Ich hab, ich hab's gleich. Hier, drück mal E auf die Box. Dann warte einfach. Okay, jetzt drück E da drauf. Was hast du bekommen? Finkelpolver. Ich habe jetzt den, den heiligen Finger. Okay. Warte, was bekomme ich? Leute, da war gerade ein Diamonds schwer, das mein Quart. Oh. LOL. Mach noch eins, mach noch eins. Nein, 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 nein. Wir müssen uns das verdienen, genau. Und als... Warte, 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 ich mach erstmal das Elben. Wir müssen von den Trainern die Pokémon befreien. Denn heute ist die Pokémon... Warte, noch nichts machen, okay? Ich muss erstmal die aufstellen. Absol. Und Slugok. Da, okay. Ich hab hier mein Bruder. Oder Schwester. Ist mir egal. Irgendeine Familie, der gerade Bang Bang macht mit da. Okay, hier. Wir brauchen uns bedienen. Podest oder so? Warte. Kann so wie so ein Podest machen oder sowas. Du meinst. Ich kann jetzt Gott nicht. Ich kann jetzt ein bisschen Popcorn. Warte, ich schien nicht mal. Ich hab ja nicht... Warte, ich komm zurück. Warte, ich komm zurück. Warte, ich komm... Und jetzt dieses... Wo ist das? Da, McDonald's Meal. Also komm, komm jetzt nicht schnell rein. Ja, warte. Also, da hinten... Warte, ähm, ähm, Tens. Okay. Da hinten. Nimm mal deine Waffe schon mal raus. Du bekommen hast. Von der Quister. Warte, warte, noch nicht. Noch nicht gegen die... Ich sag die... Warte, welche? Nein, die Waffe, die du aus dem Dingster bekommen hast. Erstmal. Okay. Meine Fingerpistole hab ich. Okay, warte. Okay. Okay, los. Los. Schnell. Greifen die überhaupt an. Ja, ja. Ja, greifen. Das ist laut, das ist laut. Oh nein, das ist laut. Schnell. Au. Pokémon Revolution. Warm. Okay, aufladen. Warte, 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 ich lasse einen am Leben. Da, wir haben uns schlafen. Okay. Den fangen wir... Ich nehm den. Ja, du nimmst den. Okay. Hab ich den jetzt? Ja. Äh, nö, hab ich den nicht. Ich hab den, ich hab den. Ich hab den. Ich hab. Okay, komm, der ist unser Sklave. Der muss uns jetzt... Also, wir müssen hier auf den Stuhl festen und damit uns sagen, wie die Pokémon sind. Nein. Nein, aber dann nicht. Tö. Tö. Tö, ich hab eine Idee, was wir machen. Was wir machen? Wir machen hier... Erstmal geht da hin. Ja, genau. Ja, wir spenden ihn ein. Okay. Okay, versuch ihn jetzt mal, da rüber zu schmeißen. Warte, ich kletter hoch. Okay. Ah, klettern, okay. Hust, hust. Okay. Äh, äh, lol. Egal. Na, pass. Sag uns. Sag uns, warte, warte, ich geh rein. Okay. Sag uns, wo die Pokémon sind. Tja, ich hab mein Bestes gegeben. Na, warte, warte, warte. Nein, nicht den angreifen, sonst... Nicht den töten. Wir brauchen den noch. Also, warte. Ich hab noch eine richtig gute... ...Methode. Ähm, Moment. Wenn du uns sagst, wo... ...die Pokémon sind, bekommst du diese Spaghetti. Oh mein Gott, da musst du zuschlagen. Hm? Hm? Okay, dann esse ich die Spaghetti. Ich will die... Nein, ich hab auch was zu essen. Sag, 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 sag. Der war eh nutzlos, der wusste nichts. Der war einfach nur so und so ein Darsteller. Der, der wollte nicht... Ich sag euch Leute, wenn ihr nicht redet, dann gibt's Stress. Wir sind die Pokémon, die Pokémon sind die Besten. Ich bin derzeit nur ein Abstand, weil ich kann, wie zusammengefüchten hat. Okay. Okay. Ich setze. Dann... ...gehen wir... Haben wir neue Waffen und neues Essen? Bevor wir die nächsten erreichen? Ja. Okay. Aber... Nächsten sind... ...sind... ...weil die haben jetzt wahrscheinlich schon gemerkt, dass wir die angreifen. Deshalb kommt jetzt bestimmt mit... ...mit Einheiten und sowas. Das kann schon sein. Okay, warte. Ich hab... Ich hab ne Idee, damit die... ...hier nicht reinkommen können. Ah, okay. Wir schließen das zu. Wir schließen in den Strichen. Weil das hier gehört ja auch. Wo bist du? Okay. Äh. Äh. Licht an. So. Ah, ja. Warte. Ich hab ne besser... Ja. 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 Das wird schon passen. Hier messen wir ein ganz kleines bisschen frei. Damit wir raus können. Äh. Bist du dir sicher, dass es funktionieren wird? Ja, aber ist schon. Also sowas dickes wie ich kann da sogar noch durch. Wow. Ja. Warte. Hier. Das... wäre einfach dann weg. Ja, klar. Also komm, komm, komm hier. Nein, ich bin so da. Nein, nein, lass. Ja, so. Komm, komm, zurück, komm, zurück hier. Ja, so. Ja, so. Also, ich hab noch so ne Küste gefunden. Ich hab noch so ne Küste gefunden. Also du als erstes. Äh. Oh, was ist das denn? Oh, lol. Nö, xp, warte, xp, ml30, Locker, Launcher. Was bekomm ich? Oh, was ist das? Oh, ein Crossbow. Ein Crossbow, den haben wir doch schon. Nein, haben wir nicht. So, ähm, haben wir nicht. Ah, aber auch nicht. Ich hab noch diese Waffe, man benutzen wir die. Du kannst benutzen, wenn du willst. Ich benutze jetzt meinen Finger. Mein heiligen Finger, das ist voll cool. Ich hab noch was von der. Das hat bedeutet, ich die jetzt noch benutzen. Okay, wir sollten... Okay, warte, ich hör sie. Komm, 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 komm. Warte, warte, hast du Pukowall? Ja, da ist die Militär, die Militär ist schon da. Hast du ein Pukowall? Pukowall, ähm, Hustus. Ja, hab ich. Ich auch, okay. Okay, komm. Komm, 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 schnell. Das ist, das ist, das sind Sie. Schnellduck, dich, duck, dich, duck, dich. Oh, nein, nicht ausmachen. Oh, sie wissen, dass wir hier sind. Okay, okay, okay. Nicht fangen, erst wenn einer noch da ist. Komm, komm, warte, 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 warte. Das ist das Militär, das ist Militär. Schnell, warte, ich mach das weg. Komm, komm, komm. Hier durch. Komm, hier schnell durch. Okay. Wir sind jetzt in die Bahn. Da, da. Nee. Nein. 51. Ich weiß noch so wenig. Oh. Scheiße. Warte, ich benutze den Post. Diese Welle, die machen richtig viele Farben. Okay, okay, einsammeln. Alle, die haben die Mission einsammeln. Warte, 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 lass den mal leben, lass den mal leben. Scheiße. Nein. Warte, ich hab überhaupt daneben. Du passt tot. Nein. Nein. Ich weiß nicht, ich weiß. Ja, fang ihn. Das ist mein Bokehball. Ja. Fang ihn. Ich hab ihn. Lass ihn. Okay, hab ihn. Da sind noch welche, warte. Oh, scheiße. Da ist noch einer. Ich muss aufladen. Ich muss meinen Fien aufladen. Bam, 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 bam. Stürbt doch endlich. Das ist für einer. Das ist für eine. Okay. Okay, ich hab ihn in meinen Bokehball. Da. Okay, komm. Okay, wir haben einen neuen. Ah. Da. Warte, warte. Komm mit. Wir müssen ihn da reintun. Okay, okay. Yola. Komm, kletter rein. Okay, ich kletterere rein. Okay, okay, okay. Okay, da heißt er. Okay, okay. Warte, ich geh rein. Ich geh rein. Du gehst immer rein. Wo sind die Pokémon? Diesmal nicht töten, okay. Ich könnte ihn heim mit meinem Revive-Tool. Warte, ich heil ihn. Warte, ich heil ihn. Ich heil ihn. Okay. Lass, lass, lass. Lass. Okay. Okay, wir gehen ein bisschen rum. Okay, also. Wo sind die Pokémon? Warte, wir müssen das ausführlich machen. Mh, warte mal. Ich hab hier noch ne Idee. So. Ähm. Bitte. Ich bin kurz davor, meinen Finger zu benutzen. Mein Menschenfinger. Wo sind die Pokémon? Oh, oh. Ich muss dir nicht eigentlich etwas sagen. Was? Aha, okay. Okay. Danke. Er hat mir gesagt. Nein, bleib da unten. Okay, er weiß, wo die Pokémon sind. Er hat gesagt, die sind in der Basis von denen. Okay. Sollen wir da hin? Moment mal. Ich hätte denen vielleicht fragen sollen, wo die Basis ist. Aber ich glaub, die ist eh da hinten. Deshalb mach ich schon. Ja, okay. Warte, 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 warte. Komm, komm zurück. Hier. Äh, Kiste. Okay. Okay, okay, da war schon wieder mein Kopfschwert. Okay, okay, okay. Oh. Ah, lol. MK-4-Grenade-Launcher. Okay, okay, muss man gucken. So wieder sowas. Genau, jetzt hab ich Rocket-Launcher und Grenades. Aber ich benutze trotzdem meinen Finger. Oh. Ich hab ein Maschinen-P5. Ich benutze meinen Finger. Ah, ich brauch Leben. Ich, ich, ähm. Komm, wir heilen uns. Ja, heil du mich. Heil du mich. Hier, ich hab, äh, Apfel für dich. Aha. Noch nur Apfel. Noch nur Apfel. Apfelsaft. Bacon. Ah, 9,19. Nochmal bacon. Okay, jetzt nicht. Na, 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 na. Da, na, 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 na mal eine neue ich habe mich noch ein Teil der ein der Taddy macht dass die Kiste weg geht ist der Taddy ist nicht gut mit dem Taddy eine MlG ist weg lol was hast du nicht? ich habe den Rescue Ranger ich nehme meinen Finger mein Finger okay ähm warte wir müssen erstmal hast du dein Pokéball ne warte wir brauchen gar keinen ist hier ich habe warte ich habe nein komm komm raus ok oh es regnet oh ich bin Feuer wo kommen warte ich habe hier noch was für uns und zwar wenn wir damit fliegen schau mich mal an komm 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 folg mir folg mir dann schau mich mal an ich weiß ich weiß folg mir folg mir nein nicht da reinfliegen folg mir na was ist los wieso steht der Camera Routing Disabled ich kann nix machen ich kann nix machen du musst auch deine Maus bewegen da fliegt er auch hin wo du mit dem Maus ne da steht Camera Routing Disabled da jetzt warte ich bin komm jetzt ich kann nix mann einfach einfach nach links oder nach rechts gucken mit der mit der Maus es muss nicht mal wie ich das stand doch gerade bei mir im Chat es ist aufgeschaltet jetzt 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 bist du weg wo bist du bin ich hinter dir ja ok also komm hier rein ich möchte gleich auch nochmal die Finger wechseln 1 warte 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 ok also der Plan ist wir gehen rein und und retten die Pokémon genau warte 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 muss leise sein aber pass auf es regnet hast keine Rauschen warte 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 springt springt schnell rein Aua muss leise sein ich kann nicht geschnitten genau 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 Sneak um deine Waffe raus oder einen Finger ich hab meinen Menschenfinger ah ich hör sie ok hier sind sie da YOLO da sind sie Scheiße Scheiße ich hab einen gefühlt ich muss aufladen meine letzte Munition ok 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 ah letzte Munition ich hab keine Munition mehr ich hab keine Munition mehr er benutzt eine andere Waffe ich hab meine Rescue Ranger ah scheiße fahrt in your face in your face wir müssen feste hoch wir müssen feste hoch wir müssen feste hoch wir müssen aufhalten und uns untersuchen wie wir hier drauf sind das geht nicht schnell ok pass auf ich glaub das ist der Anführer was LOL töten oder solchen fangen nein töten was was auch hinter dir ist ein kleines Baby im AAH das sind die geschlagene Projekte von den Professoren an 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 wo es wird noch eins seiner Wege müssen oder ist noch eins Was? Ah, der ist vorhin, wie... Scheiße. Okay, ist down. Ich glaub, der nach. Ich glaub, der... Ah! Der beschwört ihn immer! Okay, ist down. Down. Meine Munition ist drüber in den Teil gepladen. Dann nehme ich gleich mal eine ultra geile Waffe. Auflärm. Ja! Ich hab's geschafft! Stör! Ich glaube, wir haben ihn getriffelt. Warte. Hier sind sie. Hier sind die Pokémon. Okay. Okay. Was haben wir alles? Ein Volt, ein Elektroball. Elektroball, Kikli, Aerodactyl. Lurak, Totok, Bisesam. Oh Gott, oh mein Gott. Nee, nee, nee. Das geht nicht, das geht nicht. Ah. So. Ein Führer Bisesam. Wo sind die anderen? Hier ist Rauppi. Rauppi? Warte mal, Bisesam sagt... Was hast du? Bisesam ist der Anführer. Warte, Bisesam, was? Bisesam sagt, das sind nicht alle Pokémon, die hier sind. Es gibt noch mehr auf anderen Maps. Bisesam. Okay, das bedeutet, Bisesam hat von gesagt, dass es nicht alle Pokémon sind. Es gibt noch mehr. Die woanders sind. Wir müssen die... Warte, warte, warte. Ich glaube, es wäre... Ich glaube, es wäre besser, wenn wir jetzt erst mal... Das ist besser, wenn ihr ein bisschen... Ja, wenn wir nächstes Mal... Bisesam. Bisesam. Ja. Pass auf die Leute hier auf. Aha. Okay. Das ist gut. Falls noch mal Trainer kommen... Versteckt euch einfach in... Warte, warte, warte. Ich habe doch hier meinen Heiler. Ja, Recythe. Ich heile euch ein bisschen. Hier. Das brauche ich alle. Wenn Trainer kommen oder sowas, dann versteckt euch einfach... Ja, leider keine Tränke. Tränke werden zwar wirksamer, aber... Warte, warte. Warte. Wir nehmen ein paar schon mal mit von denen. Ja, fang mal ein paar ein. Warte, nicht fangen. Wir fangen keine. Ich tue die hier rein. Das ist unser Zuhause. Ich glaube, das ist eine bessere Idee. Drück... Mach diesen Z, äh, Porter. Okay. Dann lautet die dann hin. Okay, ich potte alle hin, okay? Okay, ja, genau. Auch Bisesam. Ja, Bisesam, wirklich? Nein, Bisesam, ich rette dich! Nein, der wird ja gerettet, wenn ich das mache. Okay, okay, gut. Du musst aufpassen, dass du die falschen Teleportierst. So wie uns. Okay. Okay, lass doch. Ich glaube... Warte, hörst du was? Ich glaube... Ich hab irgendwas gehört. Ich glaub, oben sind noch Trainer. Die haben uns entdeckt. Vielleicht... Unsere Base! Unsere Base! Schnell, schnell! Schnell, unsere Base! Oh nein! Oh nein! Äh, sie haben uns... Sie haben das weggemacht. Unsere... Wo... Wo ist uns... Die... Die Sachen haben die weggemacht. Was? Oh mein Gott, nein! Oh Gott, boom! Ich glaub, was ist das nicht? Ich glaub, die sind unser Labor eingedrungen. Nein, unser Labor, wenn die immer sind, das ist ja nicht mehr hier. Stimmt, aber... Was haben die da nachgefunden? Ähm... Scheiße. Was machen wir jetzt? Ich weiß genau, was wir jetzt machen. Warte. Immer diese Leichen hier. Die müssen alle verschwinden. Wir nehmen. Wir nehmen? Okay. Oh, da ist noch ein Baby. Ah, da ist ein Baby! Ah, leck! Leck! Ich hab Ultra-Lack, Alter. Alter, ich hab ein Ultra-Lack! Und das... Warte, warte, bleiben mal stehen, Leute. Komm. Wieso hab ich... Okay, jetzt geht's. Wir fliegen zu der nächsten Map. Zum nächsten... Zum nächsten Ort? Ja. Komm, folg mir einfach. Nein. Ah! gonna... Ah! Ah! Zack! Bis zum nächsten Mal.